Ich darf auf keinen Fall zu spät zum Unterricht kommen. Unser Lehrer will heute ein Fragen-Girl machen. What the fuck? Was macht diese Brille hier? Eine halbe Ewigkeit später. Ausgepasst! Okay, es geht los. Wer mit den nächsten drei Fragen richtig lösen kann, kriegt mündlich sofort eine Eins. Schießen Sie los, Herr Fisch! Ach übrigens, ich glaube, ich habe hier Ihre Brille gefunden. Was? Die habe ich den ganzen Tag gesucht. Der hat die mir bestimmt geklaut. Den werde ich jetzt zeigen. Welches Tier hat die besten Augen? Das Sebenpferdchen! Okay, und warum sind bei Ikea überall Pfeile auf dem Boden? Weil es ein Einrichtungshaus ist! Entwicklerfrage, welches Land hat die wenigsten Einwohner? Die wenigsten? Keine Ahnung, aber ich wünsche mir die Lösung einfach von Shenlong. Auf den Pitcairen-Inseln lebten 2021 rund 50 Menschen. Und damit ist es das Land mit der geringsten Einwohnerzahl. Entweder das System gedribbelt, dieser...